Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode Mario's Amazing Adventure! Wir waren irgendwo in der Wüste stehen geblieben. Keine Ahnung, ich hab schon seit... Was bist du denn? Schon seit Ewigkeit nicht mehr aufgenommen. Es wird echt mal wieder Zeit. Gestern hab ich auch mit True... True Rushed auch noch den ersten Part unseres Togeathers aufgenommen. Mario und der Klappautermann. Nein. Goomba! Goomba? Äh, ne, Marios, äh, 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 nicht Amazing Adventure, irgendein anderes. Geh weg! Ah! Danke für die Wolke. Äh, ja, das hat jetzt etwas Konzentration erfordert, von daher konnte ich nicht sprechen. Äh, ja, unser Together halt. Da leg ich dann auch extra noch eine Playlist an, verlinke ihn in jedem Video und das wird ja abwechselnd auf unseren Kanälen hochgeladen. Ja. Und freut euch drauf, Sluxy spielt immer wieder Mario-Hack. Was heißt immer wieder? Gerade momentan hab ich... Waaah! Zwei Stück am Laufen. Nein, der war ja sau-intelligent war der. Okay, aber keine Panik, liebe Fans. Äh, Resident Evil geht natürlich auch in die... Oh nein, bitte keine Fische in die zweite Runde, wollte ich sagen. Habe ich so hart getrödelt? Oder ist hier so wenig Zeitvorgabe? Wee! Halbzeit. Nun gut, ich sollte mich vielleicht doch etwas beeilen, anstatt hier euch wieder einen Keks abzulabern. Huah! Oh nein, jetzt kommt die Scheiße. Sooo, ach, das ist ja ein Stress. Hier kannst du dann nicht mal... Also die... Mähp. Also die Zeitbegrenzung ist echt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hätte mir etwas mehr Zeit gewünscht. Naja, aber so geht's natürlich auch. Nebenbei hier Müllermilch-Banane am Start. Hier haben wir ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Hm. Oh, Müllermilch ist eh die geilste und vor allem Banane. Okay, Sterne und Pilze gibt's heute. Jo, immerhin. Danke. Jut. Den Level Oasis hätten wir geschafft. Was ist das denn? Rocky Rich... Egal, die Musik passt, von daher ist es cool. Kann ich jetzt hier rein? Hallo? Ach, das ist doch... Aha. Na da. Oh nein, ihr. Hier, der Totengräber von Hyrule. Was bewachst du hier? Gib mir dir was. Ah, doch. Aha. Ups. Ich hab die enorme Erdanziehungskraft unter Wasser natürlich nicht beachtet und wurde hardcore nach unten gesogen. Ja, ja, ist okay. Arschloch! So, jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, was da unten jetzt in Ordnung ist. Okay, cool. Das ist natürlich fies! Verarschen Sie mich wieder hier. Kaum geht der Part los, kriege ich wieder unnötigerweise aufs Dach ohne Ende. Ja, komm. Hallo, ich brauch dich hier. Komm mal mit, Kollege. Nein, fast hätten wir es geschafft. Na! Ach, scheiß drauf. Einfach durch den Level. Die Zeit hängt mir eh wieder im Nacken. Ah, toll. Okay. Okay, okay, okay. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Komm mal her. So. Oh, Midway Point. Erleichterung macht sich breit. Was gibt's hier oben? Nix! Ja! Klaro! Bin ich voll mit einverstanden. Hast du jetzt noch ein Leben? Ey, du hast wieder voll. Jetzt gucken wir noch mal schnell. Okay, nein, hier gibt's kein Secret. Kannst du dir aber auch leicht hier den Hosenboden aufspießen. Bei diesen Felsformationen. Sie sind ja schon fast Stalagnitartige Felsformationen. Oh, ich hab dir dein... Dein Ball hab ich dir kaputt gemacht. Ach, scheiß drauf. Da oben ist eh nix Sinnvolles. Ludwigs. Mich hockt's am Auge. Jetzt ist die Frage, ob der... Oh, Nummer 5. Ludwigs. Ach, du heilige Blechdose. Okay. Aber irgendwie hoch geht's auch nicht, ne? Nee. Ja, so. Geht doch etwas schneller. Twombie! Twimble! Twombie! Twobble! Twombie! Alter! Jetzt! Was geht denn hier eigentlich ab, Leute? Oh, cool. Will ich's riskieren? Ja. Okay. Hätte ja sein können. Hätte, hätte Würstchenkette... Der Slagsee, der... kriegt Hunger. Toll. Okay. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ach so. Ein Secret Exit gibt's in Burgen eh nie, oder? Nein. Gibt's nicht. So. Tut mir jedes Mal der Finger weh, wenn ich den mach. Naja, komm du noch mal. Alter, was ist denn los? Er stirbt aber auch nicht, ne? Wollte grad sagen. Irgendwann ist... Oh, gut. Way. Wollt ihr mich trollen? Ach, so einer jetzt auch noch. Und der schießt irgendwie schneller als normal. Kanntet? Ähm... Jetzt hab ich ne... Hä? Was ist denn da unten jetzt los? Oh, blubber. Das ist ja aber auch sackenfies. Wow, und der Sand bremst nicht. Was man fälschlicherweise vermuten könnte. Okay, mit Waypoint. Die halbe Miete ist bezahlt. Ich kann mir hier nur halbens schwitzen bei der Käsekacke hier. Joppa! Stoney! In Klein. Okay. Doppelfeuerblume sollte eigentlich genug Munition sein. Achtung! Hallo? Ach, stimmt, Ludwig. War er hier? Ah! Ja, ja, und? Zack! Da warst du zu langsam, mein Lieber. Dankeschön! Ja, geschafft! Der Kampf an und für sich war ganz okay. Nur der Level, der war etwas anstrengend für den Einstieg. Oh, muss mich erstmal wieder warm machen. Hier. Thank you! Schön, wischi waschi! Nichts als ein weißes Fähnchen ist geblieben vom Schloss. Ja, 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 ja. Mit Ludwig Sandcastle crumbled our hero heads to the cliffs across the bay. What will be in content dere? Huch! Da drüben hat's aber auch geblinkt eben. Keine Musik? Bullet Beach klingt nicht gut. Doch, bevor wir Bullet Beach angehen, möchte ich natürlich erstmal hier noch ein Stückchen weitermachen. Sand... Ne, äh... Sandstein-Grotto-Hülo. Okay, was gibt's hier? Caution! Do not touch the molten sand! Ah, ist also molten lava. Sandlava. Laviger Sand da. So, irgendwie in der Art. Wisst ihr Bescheid, ne? Blup! 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 Juppa! Wow! Du, ein Rad ab, oder was? Na, komm. Komm, grüner! Äh... Bläh! Ne, allerhopp. Gucken wir doch erstmal oben. Ah, nur ein Yoshi-Coin. Okay. Gubbel-Gubbel-Linus. Oh. Ja, der gute alte Grafikfehler. Der kommt mir bekannt vor. Okay. Molten-Sand. Ist das nicht Glas? Leute, wann entsteht Glas? Jetzt mal an hier an die Chemiker und Fachleute unter euch. Äh, ich weiß nur, dass Glas aus Sand entsteht. Aber unter welchen Voraussetzungen? Irgendwas mit... ...in Abgrund springen! Verdammt! Der war ja schlecht, war der. Ich wollte doch nur nach dem... Oh, fuck you! Nach dem Weg fragen, sozusagen. So, darf ich jetzt? Danke. Geht ja echt geil los hier. So, Platz da. Achtung. Heiß und slaksig. Ich weiß, es ist kein Wort, aber ich hab's jetzt mit so einem Wort gemacht. Na komm schon, streng dich an. Auf geht's! Und... Ah, da wär der mit Waypoint, natürlich. Okay. Musst ich's doch. Na geht der Hesse besser. So. Das läuft ja... Wupp. Relativ easy. Momentanos. Pflanzos. Kaputtos. Machos. So, die Münzen brauch ich ja jetzt eigentlich nicht... Mö. Ey. Hallo. Ah, deshalb hasse ich diese Abhänge. Du. Ich hab das Spring gedrückt. Wird denn da hinten, wer wird das Ziel? Ich verreck immer an den... Kurz vor... Vor irgendeinem Ereignis. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Hau ab. So. Kann ich jetzt mal bitte... weitermachen? Danke. Schön. Komm, Abgang jetzt. Geht doch. Puff, 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 puff. Ich habe es gewusst. Da ist der Ausgang. Na, das hat jetzt ja nochmal sein müssen. Gut, 21 Punkte gerettet. Ich mach jetzt mal die Müller-Milk leer. Ja. Hm. Hm. Boah. Okay. Oh. Halt. Royal Pyramid. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Geht der erste Stein runter hier. Hörst du auf, mit deinem Hüftknochen nach mir zu werfen? Oh Gott, nein. Diese Dinger. Oh Gott, ich hasse es. Uah. Uah. Also. Überm Abgrund auf irgendwelche... Dach schräg. Waa. Wie unfair war der denn? Geh weg. Ja. Oh nein, bitte kein Sidescrolling. Nein. Rexty. Beschütz mich. Ich mag überhaupt kein Sidescrolling. Huah. Hääääää. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Gut. Okay, ging ja noch. Huah. Was? Schon, Boss? Oh Gott. Und dann noch alles voller... Vampiros. Komm, einer noch, oder? Einen willst du doch noch, oder? Wenn noch einer muss, aber den ist Schluss. Äh, ekelhaft. Nein. Ach, dankeschön. Puh. Ich hab gedacht, ich müsste jetzt alle Klötze an dem verbrezeln. Hier an der dicken Presswurst im Schlafanzug. Also, ich bin da. Ich bin da. Und dann.